Wir wurden alarmiert zu einem B4, also Brandlandswirtschaftliches Anwesen. Bei Eingriffen war das Gebäude schon vollbrand. Wir haben dann sofort mit den Löscharbeiten begonnen, die Wasserversorgung aufgebaut, da hier in der Nähe nichts verfügbar war. Pendelverkehr über Vakuumfässer und jetzt aktuell laufen die Löscharbeiten. Genau, also wie gesagt, das sind die Vakuumfässer, wo wir jetzt hauptsächlich das Wasser herkriegen von zwei Seiten. Das ist ein Pendelverkehr, also immer wieder befüllen, Vakuumfässer. Genau, jetzt aktuell sind wir noch dran, das neu zu ordnen, Kräfte nachzufordern, beziehungsweise auszutauschen, Atemschutz. Und jetzt, der nächste Schritt wäre dann langsam das Gebäude abzuntragen und Nachlöscharbeiten. Also Lager, das ist ein reines Stroh- und Heulager von dem Landwirt und Verletzte sind nicht worden, also keine Tiere, keine Verletzten. Das ist ein reines Stroh. Und jetzt, werdet ihr Heulager, also attached zu einer Seite von dem Landwirt und Verletzten, auch unter dem Landwirt und Verletzten, auch mit einem Schild, bauten, auch mit einem Spinn, aber es ist ein reines Stroh.